Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen auf der Island Guards LS19. Wir sind wieder im Start auf meinem Hof und ja, es ist der nächste Tag quasi und wir haben für 18 Uhr Regen angesagt, wir haben jetzt 14 Uhr. Oh, ich muss mal die Zeit zurückdrehen, warum ist die denn so schnell? Meine Güte. Ja, auf jeden Fall... Was war das denn? Ja, auf jeden Fall ist ein Eurojobber hier gerade dabei, versucht das Stroh gerade ein bisschen in Bahn zu bringen und ich wollte eigentlich jetzt hier mit meinem alten Fendt nochmal das Stroh einsammeln, damit das aus dem Regen raus ist. Ja, Pustekuchen, das Garn ist alle. Also da gibt es ja so Rollen, also das Netz für mehr. Und wir müssen ein neues Netz holen. Gleichzeitig möchte ich aber auch gerne den alten Anhänger mitnehmen und gucken, ob wir den reparieren können. Wenn das nicht der Fall ist... Ja, jetzt habe ich zwar Dingens dran, aber... Ich kann leider immer noch nicht den Planer abmachen, was das auch immer ist. Ja, wie gesagt, ich werde da mal jetzt zum Händler fahren und ich hoffe, dass wir da Garn kriegen. Jetzt fällt mir aber mal gerade was ein. Haha. Wir haben noch 575 Euro, das ist echt nicht viel. Und was kostet denn so eine Rolle Garn? Mal so ganz nebenbei gefragt. Netzfolie nachfüll für Rundballenpressen. 500 Euro. Ho, 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 ho. Was machen wir denn da? Ähm... Ich glaube, wir müssen mal ganz schnell irgendwas verkaufen. So. Äh, ich weiß aber nicht was. Doch, ich wüsste was. Wir haben ja noch eine Gabel frei. Und zwar versuchen wir jetzt ein bisschen Wolle zu verkaufen. Das ist echt, äh, gerade notwendig. Oh mein Gott. Übrigens ist das hier der neue Silo. Der ist jetzt angelegt worden. Da müssen wir gleich auch mal befüllen und gucken, ob das klappt. Noch keine Zeit, so viel Hektik heute. Ja, der hat uns echt Schweinegeld gekostet, dieses scheiß Silo. Und, ja. Dafür müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt wieder auf ein paar Euro kommen. Klar, wir haben die Milch und die würden uns auch ein bisschen retten. Aber das Problem ist, ja, wir müssen dringend, äh, das Heu einfahren. Äh, das Heu sag ich schon. Den Stroh einfahren. Sonst wird es nass und wir kriegen es hier nicht mehr weg. Wenn es einmal nass ist, ist es schwierig. Haben wir denn hier? Die 430 Liter Wolle, das ist nichts. Kriegen wir ein paar hundert Euro für. Aber gerade so eben, vielleicht reicht das dann, um die Palette zu holen, weil die 40 Euro, die da jetzt gerade noch übrig sind, die wird nämlich jetzt gleich der Helfer platt machen. Ich hoffe, das nützt mir auch was nicht, dass der jetzt irgendwelche sinnlosen Sachen macht. So. Ja. Immer dieser Zeitpunkt, schlimm, schlimm, schlimm. So, einmal ankuppeln hier, was ist hier? Jetzt geht's nicht, oder was? Er hat aber wirklich... Also manchmal will er nicht, ne? Manchmal will er echt nicht, ich merke das schon. Jetzt geht's. Okay. Ja, aber Plane will immer noch nicht. Dann mal schnell auf ins Dorf, bevor es Regen gibt. Und der Weizen liegt immer noch hier. Wir müssen den Weizen holen. Ich weiß, dass ich den holen will. Ich darf mir das Schraubchen. Aha. Okay. Schnell wieder Blitz. Einmal hier rumfahren. Ja, das ist echt schade mit dem Anhänger, ne? Also wenn wir den repariert kriegen, dann müssen wir den verkaufen. Tut mir leid. Das ist doof. Ich meine, den Raum war eigentlich jetzt auch so nicht, aber ich finde ihn so schön. Ich finde ihn echt schön. Aber warum will der nicht Plan werden, weil die Plan nicht aufgeht? Aber die Plan geht nicht auf, weil, keine Ahnung. Habe ich hier irgendwas nicht schädlich gemacht? End für Plan öffnen. Geht nicht. Ich weiß es nicht. Wo war denn hier die Spenderei? Die war doch nicht mal im Kreisverkehr, ne? Also da werden wir jetzt wahrscheinlich 400 Euro für kriegen, wenn wir Glück haben. Und wenn wir gerade hier sind, wollen wir mal da tanken. Wir filmen gerade ein, wir haben auch unser Fass, aber Händler. Ich weiß nicht, wenn wir nie wieder kriegen, dieses Händler-Fass. Ne, warte, weiß, warte. Wir werden jetzt erstmal den Hänger abstellen, weil ich fahre nicht mit Hänger dahin, oder? Ne. Das ist mir zu doof. Dann kann der Händler da schon mal gucken, ob er da was machen kann. So. Dann bringen wir die Wolle weg. Ich hoffe, es werden 400 Euro. Oh, jetzt haben wir schon 450. Das ist böse. Dann müssen wir gleich den Händler schauen. Oh nein, 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 nein. Bitte nicht. Warum? Warum? Oh man. Oh nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Was ist denn hier, Mensch? Das will ja nicht mehr aufgehen, oder was? Ich krieg zu viel gehen, mein Scheiß. Mitten auf der Straße. Mann ey, so. Danke. Einige mögen das ja nicht, ich mag das, auch wenn es sehr nervenaufreibend ist, Ballstapeln oder Paletten zu fahren, ist das hier in dem Spiel zwar noch nicht so hundertprozentig gut gelöst, aber es ist akzeptabel, sagen wir mal so. So, was kriegen wir dafür, 400 Euro, 387 Euro, Alter, das ist ja nichts, das ist ja gar nichts, oh mein Gott, so, so, was sagen wir zum Hänger, zum Anhänger, zum Anhänger. Nein, ich krieg jetzt kotzt, ne. Ist das jetzt euer Ernst, dass er jetzt hier liegt und ich muss wieder zurücksetzen. So, jetzt machen wir erstmal, jetzt machen wir erstmal Stopp, ja. Ich hab mich nämlich so beeilt, damit mein Helfer hier mir nicht das Geld wegzieht, aber sorry, jetzt musst du leider mal aufhören, das geht so nicht. Sonst hab ich gleich kein Geld mehr. Ähm, ja, toll, ähm, Abschleppdienst rufen. Ja, toll. Ach, ich sitz noch drin, okay. Sehr schön. Das kann nicht wahr sein, ey. Also das, das hat mich ja auch schon öfters aufgeregt, das ist bei anderen Fahrzeugen nicht so, dass die einfach umkippen, ne. Das ist so ein kleines Vehikel. Ach ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier Sache ist. Ähm, konfigurieren. So. Ne, wir hatten den so. Und dann hatten wir, ja. Lassen wir den mal so, ne. Da ist jetzt nur die, nur die Plane weg. Ja. Okay. Vielleicht kriegen wir da Mist rein, wenn wir da kein Mist rein kriegen, ist er sowieso vom Arsch. Ähm. Ne, warte, machen wir das nochmal ab. Gibt's gar nicht, ey. So, jetzt müssen wir noch eine Palette kaufen. Meine Güte, ey. Was für eine Hektik heute. Also ich fahre den ja echt gerne, ne, aber so langsam glaube ich brauchen wir ja, den kann ich nicht anhängen, weil der nicht oben ist. Das heißt, ich muss den nochmal zurücksetzen. Ach, ist das ein Scheiß. Ähm, den weg. nur den weg. Ne, auch nicht. Äh, oder, hä? Oh, Mann, ey. Das ist nicht euer Herz, ne. Das ist nicht steuer jetzt. Wie krieg ich denn jetzt die Gabel von dem, von den Dingen nicht? gar nicht. Ach, das, das sind die, okay. Ja, okay, dann setz ich den nochmal zurück. Meine Güte. So, und dann kaufen wir direkt mal die Wollpalette, hätte ich meine gesagt. Nein, wir kaufen hier Palette, Netzrollen für Rundballenpresse und die ist nämlich für Quadrawide. Okay. Zwölf Stück kostet viel zu viel. 500 Euro, meine Güte, ey. Haben wir noch 200 Euro. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Ey, dann haben wir gleich noch nicht. Doch, doch, einfach. Müssen wir gleich echt wieder Milch verkaufen, aber das dauert wieder eine ganze Weile, dass wir die Milch verkauft haben. Ja, das ist leider so, ne. Jetzt würde ich ja lachen, wir brauchen den Silo gar nicht. Theoretisch brauchen wir den auch nicht, ey. Aber ich hab ihn trotzdem gekauft. Ja, so ist das eben. So. Krieg ich das Ding jetzt auch nicht weg, oder was? Doch, das krieg ich dran. Nein! Also der nächste Schlepper wird auf jeden Fall größer und mit Frontstabfälle, das ist schon klar. Der wird aber nicht gegen diesen ausgetauscht. Der soll auch eigentlich nicht gegen einen alten ausgetauscht werden, aber wahrscheinlich muss ein alter gehen. So leid es mir tut. Ich sehe da keine andere Wahl. Ich hab da auch schon was im Auge. Wir können zwar nicht super modern sein, müssen wir mit Elektro-Schlepper fahren, aber müssen dann erstmal so einen Youngtimer nehmen. Aber ich denke, das geht auch. Dafür müssen wir aber erstmal 30.000 zusammenkratzen. Und dann können wir weiter gucken. So. Weiter geht's. Ja, ich hoffe, dass der Anhänger jetzt auch beladbar ist. Kann überhaupt kippen? Mal so ganz nebenbei gefragt. Ich weiß es nicht. Sieht so unkippbar aus. Naja, okay. Wir werden sehen. Also platt waren kann es ja nicht sein. Dafür sind die Bracken ein bisschen hoch. Das wollte ich nicht fahren, damit wir nicht die Palette wiederum schreudern hier. Das wollte ich nicht fahren, damit wir nicht die Palette wiederum schreudern hier. Das Gras an sich wird nicht verkauft. Spur an sich kann man auch nicht verkaufen. Höchstens die Lage. Und das einzig, so was wir an die Lage haben, sind bei. Tja. Brauchen wir aber selber, als wir auch nur die Kühe. Bleiben wir nämlich nicht, ob wir da über den Winter mit auskommen. Eigentlich würde ich auch schon gerne Milchfutter machen. Dafür brauchen wir aber eine Milchfutter-Dingensbums. Aber das haben wir nicht. Wir haben ja leider nicht. Das ist blöd. So, die 285 Euro, die ich als Halleluja sagen kann. Deswegen möchte ich da unten gerne jetzt einen Helfer haben, der jetzt meine 285 Euro noch klappt. Nö, nö, nö. Mal gucken, ob wir den brauchen. Im Moment jedenfalls nicht. Hatte ich mir überlegt, zum Mist fahren, aber ist ja auch Mist, weil ist ja Blödsinn. Ihr müsst von da zum Feld zu fahren und da aufzuladen. Ja, dann hat man sich zwar die Fahrerei gespart, aber nö. So. Was ist denn hier Sache? Der sagte, der sagte nämlich, hier ist leer. Muss ich mal gucken. Ne, falsch. Darf ich es mal rein? Ne, immer noch falsch. So, der sagt jetzt hier irgendwie gar nicht mehr leer. Wo kann ich das denn sehen? Also, so ganz, äh, habe ich das jetzt noch nicht verstanden, wie das hier funktioniert. Da ist doch bald Presse auffüllen. Ja, sauber. So, jetzt können wir nämlich loslegen, ja. Aber trotzdem würde ich mich doch gerne mal wundern, äh, würde ich gerne mal wissen. Mir geht das nicht aus dem Kopf. Können wir Stroh verkaufen? Stroh, nein. Können wir nicht verkaufen? Das ist echt mies. Wir können kein Gras verkaufen, kein Stroh, alles null, null. Keine Gülle können wir verkaufen, kein Mist. Das ist echt böse. Einzige, was wir verkaufen können, ist die Lage. Das kostet 100... 101 Euro. Das ist nix. Das ist nichts. Das Einzige, was hier geht, ist die Milch. Die Wolle ist auch für den Arsch. Eier sind gut, ne? Oh, Eier sind gut. Supermarkt. Ja, ich glaube, wir sollten mal zum Supermarkt fahren, ne? Ähm. Ach, wir haben kein Auto. Verdammt, wir brauchen ein Auto. Wir haben aber kein Auto. So, die können wir dann wieder in die Scheune stellen. Hier ist auch schon eine Netzrolle gebraucht, ja. Übrigens auch ein Supermod, finde ich geil, ne? Sollte eigentlich jede Presse verbaut werden. So was. Die stellen wir mal auch schon in die Scheune. Ich weiß zwar noch nicht, wo. Weil wir hier alles voll haben. Mit irgendwelchen Scheiß. Aber so ist das eben, ne? Nämlich auch viel schöner und viel realistischer. Wenn du für jedes Maschinchen deine extra Kram hast, so kommen die Paletten zusammen. Wo ist das eben, ne? So. Mal gucken auf meinen Timer. Was sagt der? 18 Minuten. Ja, läuft. Da können wir noch ein bisschen was machen. Es sei denn, ihr möchtet kürzere Folgen haben. Dann könnt ihr das gerne mal schreiben. Oder längere. Ähm. So, wo wollte ich hin? Ich wollte Eier verkaufen, genau. Eier, Eier, Eier. Ach, hier sind ja auch noch die Dinger jetzt drin. Eieie. Ne, das ist doof. Klappt das? Ja, das klappt. Okay. Da würde ich sagen, packen wir die auch mal in die Scheune. Also in den... Ja. Ja, wie man sieht, nützt das gar nichts. Ich glaube, ich stelle mir mal hier hin. Oh, nein, nicht hier hin. Sondern da hin. Dann wissen wir auch, wo sie sind. Aber eigentlich wäre es ja geiler mit einem Pkw. Nur wir haben ja unseren VW-Bulli schon verkauft. Und ich wollte eigentlich einen anderen davon kaufen. Die sind also scheiße teuer, ey. Die kosten alle 30.000 oder 20.000. Und ganz ehrlich, dann fahre ich halt mit dem Trecker die Eier verkaufen. Weil so Pkw brauchst du kaum. Der ist zwar schnell und da kann man auch was laden, aber... Ey, braucht man nicht. Okay. Und ich habe jetzt nicht die wahnsinnig vielen Eier, ne? Aber wir müssen schon mal das verkaufen, was wir verkaufen können. Zwei Kisten. Vielleicht bringen die ja ein paar Euro. Besser als nix, ne? Ja, das könnte man natürlich auch alles mit Autodrive machen. Aber Autodrive zieht auch Geld ab. Und wie gesagt, bei 300 Euro möchte ich Buden gerne jetzt jeden Euro sparen. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal ein bisschen selber. So. Oben fällt man so gerade auf und sagt, das Schlepper hat ziemlich ein Schaden. Oder? Ja, das ist... Weiß nicht doch, dieser Schlepper hat ein Schaden. Weckstatt, der kriegst du die Weckstatt. Okay, dann können wir das auch nochmal schnell reparieren. Nachdem wir die Eier verkauft haben. Das sind überhaupt noch mal der Supermarkt. Kann man das nochmal erzählen hier? Äh... Supermarkt, Supermarkt, war der nicht hier irgendwo, war der doch, ne? Besuchen einfach mal. Ich weiß, dass der irgendwo auf einer Ecke war, aber... Ja. Alle denken jetzt, äh, warum findet ihr den Supermarkt nicht? Ja, weil ich so oft auf dieser Karte noch nicht fahre, ne? Das ist halt, man fährt immer dieselben Strecken, aber man muss ja bisher nicht zum Supermarkt. Hm. Da ist der Supermarkt. Ha! Ich wusste es doch. Pups, war das ein Schild? Nein, das war kein Schild. Niemals. Vielleicht kriegen wir ein paar Euro dafür. Das war ja schön. Malscheid. Ich hab noch ein paar Eier. Ich weiß jetzt nicht, welche die leere Kiste war, aber gucken wir mal. 208, das ist echt nicht viel. Ich muss zumindest 500 sein. Ist das 185? Alter, das ist ja... Na, das ist nur 85, Alter. Das ist ja nix. Das ist ja auch nix. Schade, ey. Ja, das ist pro 1000 Liter, ne? Also, mit Hühnern kriegen wir ja auch nix gebacken, oder? Ja. Also da würde ich nochmal sagen, wir gucken mal, ob wir vielleicht zwei Silagen beim Story verkaufen oder drei. Müssen wir halt nochmal welche machen, ne? Das ist ja alles nix. Nur wir haben jetzt Herbst, ne? Die Riese wächst jetzt auch nicht mehr ewig. Ach, wir wollten nur noch zum Händler. Ey, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Wir müssen reparieren. Ich weiß zwar nicht, was kaputt ist, weil der fährt eigentlich noch relativ gut. Ich weiß ja auch schon mal älter Trecker, ne? Wir haben ja gebraucht, ja, gebraucht gehabt. Also der ist ja nicht neu, der ist auch schon mit älter, aber mein Onkel hat noch gebraucht gekauft. Von daher, ist ja normal, ne? Bei der, Apollis. Reparieren, nein, das wollen wir nicht reparieren. Den wollen wir reparieren. 291 Euro, ja, sind wir fast wieder pleite, wo war. Ach, Mann, ey. Ja, wahrscheinlich, ich weiß warum, weil der eben umgefallen ist, deswegen. Bin ja eben in die Kurve gefahren, da ist der umgefallen und deswegen hat er dann direkt Schaden, ey, Scheiße. Oh, Mann, ey. Ja, gut, das wirkt sich aber momentan ja nicht aus, ne? Also, ich hab noch gelenkt, der hatte noch Kraft, also ich weiß nicht, wo, dass da jetzt nicht mehr passiert ist. Aber gut. Besser ist das. Tja, der müsste irgendwie gucken, wenn man ein bisschen Geld kriegt. Also ich würde mal sagen, gucken wir nochmal, ob man zwei, drei, bei dem verkaufen hat, wer sind irgendwie hier in den Sinn, ne? Aber dann lässt es guten Preisen. Der Weizen hat ja auch noch keine Kupreise, kann man das im Winter verkaufen. Dabei haben wir das Weizen, äh, Weizengenossenschaft haben wir direkt hier vor unserer Nase, seht ihr ja hier. Das ist alles Genossenschaft. Kann man hier schön verkaufen, oh. Jetzt sieht das keiner, dass der Bauer immer die Schilder umfährt hier. Hier ist noch Fettbeviese, ne? Hier könnte man noch Fettmähen, ne? Aber ohne Kursplay ist das echt böse. Und wenn man so viel Stroh will, muss man Stroh erstmal reinkriegen, ne? Oh, ne, oh, ne. Ähm. Guck mal, ob ich eventuell es irgendwie schaffe, zwei Ballen hinten draufzukriegen. Huch. Und ich hab' wieder umfallen. Ja, da hätte ich jetzt Helfer, die könnten dann schon mal anfangen, aber bei dem, bei dem Euro hier, die Schabberg funktioniert. Tja, alles steigt und sinkt mit Damage. So. Zwei Ballen könnten nur noch locker draufkriegen, oder? Hm, okay, einer. Ja, gut, eigentlich könnte ich noch vorne dran machen, ne? Aber dann ist wieder die Frage, wohin? Was gibt denn die BGA? Sägewerk, Scheune... Äh, wo ist denn die BGA? Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Getreidemühle, Käserei. Ist die BGA-Scheune, oder was? Ach. Ich glaub, wir können ja noch gar nichts verkaufen, ne? Weil wir müssen die BGA jetzt kaufen, das geht ja gar nicht. Oh Mann. Scheiße, gar nicht vergessen, ey. Wo ist denn die Scheune? Aber 101 Euro pro 1000 Liter, da ist nix. Da liegt nix. Da ist gar nix, ey. Weißt du was von dem Killer, der Preis? Das ist verschenktes, verschenktes Scheiß, das hier, was wir machen. Was sind die Scheune? Kann mir das meiner sagen? Nö, natürlich nicht. Doch, Shop, Viehhändler. Shop. Ja, wo ist denn die Scheune, ey? Da, Moment. Da, 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 da waren wir eben. Scheune, das ist ja ganz da oben, ey. Boah. Da fahren wir uns echt einen Wolf. Lohnt sich das? Lohnt sich doch nicht, oder? Das ist Preis pro 1000 Liter. So, und was haben wir denn in einem Ball? Das kann ich grad nicht erkennen. Das war das, da stand doch gerade was. Ich kann's nicht erkennen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, warum das so klein ist. Sind's 3000 Liter, das wären vielleicht 500 Euro zusammen, ey. Komm, wir machen jetzt einfach mal, wir fangen jetzt einfach mal dahin. Und hoffen, dass es mehr als 500 Euro sind. Aber, das ist echt, das ist echt nix, glaube ich. Preise sind so im Keller im Moment. So, jetzt müssen wir so fahren, dass wir nicht umfallen, das wäre schon ganz cool. Hey, wir wollten ja sowieso die KB-Konendung, ne? Also wäre das jetzt auch kein Problem. Ich sollte mal eine etwas längere Folge. Sind's halt mal keine 30 Minuten. Aber schön, die Landschaft, ne? Die Landschaft, da kannst du nichts sagen. Die ist echt geil. Sind wir richtig hier? Warte mal. Ja, wir sind richtig. Kommt keiner? Kommt nach vorne. Ich kann das nicht erkennen, was da draufstehen. Warum zeigt der das auch nicht an? Der hat das doch hier in der Dingens, ne? Der müsste das doch eigentlich anzeigen, weil das doch hier in der Gabel hat. Verstehe ich nicht. In der Zange hat das doch. Der müsste doch eigentlich anzeigen, wie viel da steht's doch. Luft. Wieso Luft? 390 Luft? Warum? Keine Ahnung. Ist das die Scheune? Nein. Luft 73. Das ist mein Reifelluft, oder was? Das sind 3090 Liter, oder was? Das wären ja dann 300, 400 Euro. Lass es mal gut 500 Euro sein. Ich glaube aber nicht. Hier hin sind wir. Ich glaube, das hier ist aber Viehhändler. Und Scheune ist nämlich hinten. Meine ich jedenfalls. Also, wer sich das ausgedacht hat hier, ne? Das verstehe ich auch nicht. Das ist so eng hier. Das ist mir schön. So, was ist hier? Das kriegen wir für einmal. 383, das sind dann 600 irgendwas, ne? Ja, 600, schieß mich tot. Okay, wir kriegen doch ein paar Euro dafür, ja? Das ist jetzt nicht die Welt, aber 1000 Euro, das ist schon nicht verkehrt, ne? Wir sind auf jeden Fall wieder auf einem guten Kurs. Können wir jetzt mal die Fixkosten bezahlen, das ist schon okay. Ich möchte auch gar nicht mehr Ballen von, äh, von mir abgeben. Wie gesagt, wir haben bald Winter. Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Silageballen machen. Und wenn, können wir die immer noch verkaufen. Ich bin da ja sehr, sehr spaßig. Nachher haben wir dann keine... Nachher haben wir dann keine Silageballen mehr für die Kühe. Und dann stehen wir da. Äh, kann das sein, dass ich gerade falsch fahre? Äh. Natürlich fahre ich falsch. Ich fahre zum Kartenende. Hätte ich dann irgendwann mal gemerkt, dass hier Ende ist. Na toll. Voll lauter Quatscherei. Naja gut, ich, äh, würde sagen, ich fahre jetzt noch mal eine Runde, äh, äh, wie soll ich, ne? Hab ich auch das gleiche, denke ich, auch ausgenommen. Warte mal, warte mal, warte mal. Naja, ich kann von hier gar nicht fahren, weil, äh, ja. Ich kann erst ab, äh, im Kreisverkehr fahren, weil ich hier noch nichts eingefahren hab. Aber das können wir ja erinnern, ne? Ja, das können wir ja erinnern. Ähm, 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 machen wir so. Machen wir so. Ähm... Da rein, das ist... Ich hab Cosplay noch drin. Okay, ich dachte, ich hätte noch rauskommen. Na, das wollte ich, genau. Und dann... Wollte ich nämlich mal... ...das hier machen. Scheune. Und dann können wir nämlich mal... ...ne Runde aufnehmen, ohne dass wir jetzt falsch fahren. Na, vielleicht fahren wir doch noch mal zwei Ballen. Ähm... So, jetzt sind wir aber hoffentlich... Ne, wir müssen da hinten noch mal um die Kurve und dann sind wir da, ne? Ja. Wenn ich nochmal, wenn ich dann noch gleich nochmal den Rückweg einfahre, dann brauch ich das später nicht machen. Oder ich mach's, äh, mit dem Ball. Ja, ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken. Also ich bin ja eigentlich schon dafür, dass wir nochmal ein paar Vigilageballen machen. Die werden dann auch noch cool, ne? Aber wir haben kein Gerät dafür. Dann müssen wir uns mal wieder flyen. Und das kostet wieder 500 Euro. Die haben wir nicht. Aha. Wir würden nur hoffen, dass unsere Kühe gut Milch geben. Und ich mach's... Und das kostet wieder. Und das geht weiter. Und da für友... Wie geht das? Ja. Ja. Alles stehen da. Und da war. So, dann machen wir Stopp, dann sagen wir Stopp, und dann versuchen wir den ganzen Wumms mal zu verbinden. Ja, fertig. Ach, ähm, genau, auf. Wieso fehlt er nicht? Verstehe ich gerade nicht, aber ist okay. Ja, und auch ganz wichtig, direkt speichern. Warum da jetzt Route 1 sagt, keine Ahnung. Ja, wir überschreiben das erstmal. Aber warum will er denn jetzt nicht fahren hier? Habe ich mir wieder irgendwas kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Bestimmt wieder irgendwo am Hof irgendwas kaputt. Nee, hier will er auch noch nicht. Da muss hier irgendwo noch ein Leck sein. Da ist es. Ich hab's gefunden, oder? Nee, das ist nur wegen dem Weg. Sieht nur so aus. Na ja, wir sind auf jeden Fall da. Und wir haben die Folge super übertrieben, aber das ist nicht schlimm. Denn ihr wart ja fleißig, habt zugeguckt. Und deswegen bedanke ich mich für die extra 10 Minuten Aufmerksamkeit. Und schreibt gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Und liked bitte. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020